Welche Kirche befindet sich in der Nähe und wann finden die Gottesdienste statt? Auf diese Fragen bekommt der Nutzer einer neuen Applikation, kurz App, des Bistum Würzburg neuerdings mit Hilfe seines Handys eine Antwort. Bischof Friedhelm persönlich testete die Anwendung in der Internetredaktion der Duözese Würzburg. In Zukunft soll man mit seinem Smartphone auch vermehrt Informationen zu den einzelnen Kirchen via QR-Code abrufen können. Untertitelung. BR 2018